Vielleicht wussten die gar nicht mal, dass es die Stadt überhaupt gibt und haben sich einfach einen Namen ausgedacht bei der Serie. Rein zufällig stimmt das, aber auch noch gleich geschrieben und alles. Dann hätten sie ja auch schon fast Schweinsfurt nehmen können. Ah, Schweinsfurt. Wie kommt man, wie, komm, an welcher Mensch ist auf solche Namen gekommen? Schweinsfurt. Ja, ich weiß, Vögelsinn und Co., ich weiß. Poppen, Pissen, Rom, Amerika, England, Russland, Welt. Nein, Pforzheim ist auch noch so eine schöne Stadt. Pforzheim? Ja, Pforzheim. Achso. Ja, und bei mir in der Nähe gibt es ein Essen und ein bisschen weiter weg ist, gibt es auch noch Essen. Ja, bei dir auch in der Küche gibt es auch Essen. Ja, aber nee, wo ich Richtung Hamburg gefahren bin, da gab es auch irgendwo in Niedersachsen, irgendwo gab es auch noch ein Dorf oder Stadt oder was auch immer namens Essen. Ganz komisch. Es gibt irgendwo Wissen, das weiß ich. Ja, Wissen, Schräg, Schräg, Sieg, ich weiß, Gameplayer. Halt, ey, ich weiß schon sofort Bescheid. Aber woher weiß man das? Bei solch einem kleinen... Ein zufällig. Rein zufällig. Weil ich mit dem ein bisschen gelabert habe, da wollte ich irgendwas mit Spiele da entwickeln, bla bla bla, da habe ich gefragt, da hat er irgendwie gefragt, ich brauche welche Umgebung, da habe ich so Namen vorgeschaut und gesagt, das ist mein Bruder oder irgendwie sowas kam dann raus. Wollen wir mal kurz die Release-Liste ansprechen, ne? Was, ich will doch ein bisschen längeren Podcast mehr machen, wir haben ja 42 Minuten oder so, das ist doch zu wenig. Ja, lass doch mal die Release-Liste ansprechen. Gut, dann suche ich mir noch ein bisschen was raus. Da kommt was richtig Geiles raus in mich, Age of Empires Online. Ja, 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 endlich mal was Interessantes. Was ich zocken werde zu 100%, weil es ein Free-to-Play-Spiel ist, was ich schon wusste, um nichts mehr zu erzählen, ich kenne das schon. Bla. Gut. Bastion auch noch. Okay, alles danach ist uninteressant. Was ich auf jeden Fall online genannt habe, bekennteres gibt es bestimmt nicht mehr. Was war das für ein Name? Was? Eva? Egal. Gut. Am Freitag haben wir da noch Haunted. Oh, das kenne ich vom Namen her, aber ansonsten weiß ich auch nichts drüber. Gibt es auch eine Demo? Auf Steam? Oder? Auf Steam? Nee. Irgendwo habe ich den Namen. Bei uns auf der Seite? Bei uns auf der Seite, genau. Ja. Ich habe auch den Namen irgendwo gesehen, genau. Und dann haben wir noch auf Nintendo Wii am Freitag Xenoblade Chronicles. Ein Japano-MMO, glaube ich. Mhm. Also, aber sonst auch nichts drüber. Ja. Also, wieder recht wenig Niese, aber es ist wahrscheinlich ein bisschen turbulenter, denn dann ist die Gamescom vorbei. Und dann kriegen wir nur noch Spiele raus. Hoffentlich. Genau. Hast du Released? Ist es fertig? Ja. Okay, mehr gab es nicht. Ja, das ist so wenig. Was ich gerade gefunden habe, folgendes. Die Top Ten der verkauften Spiele in der Kalenderwoche 31 in Deutschland. Konsolenscharts. Okay. So. Ich lese mal vor. Von Platz 10 nach 1. Platz 10. Zumba Fitness Nintendo Wii. Wow. War klar. War so klar. So. Platz 9. The Legends of Zelda Ocarina of Time 3D für 3DS. Verständlich. Jo. Platz 8. New Super Mario Bros. für die Wii. Das verwundert mich ein bisschen. Ist schon älter. Platz 7. Platz 7 ist übrigens dasselbe Spiel, nur für den DS. Okay. Auch wenn ich schon älter ist, sind anscheinend. Übrigens wurde gemerkt, das sind die insgesamten Konsolen, Schatz. Aber ich jetzt mal weiter. Platz 6. Wii Party für die Nintendo Wii. Äh. Platz 5. Mario Kart Wii für die Wii. Okay. Das wundern mich. Also nur Wii Spiele oder Wii? Passt weiter. Stopp, stopp, stopp. So. Viertens. Cars 2 für die Wii. Platz 3. Pokémon Weiß Edition DS. Dann kommt jetzt auch gleich die schwarze Edition. Richtig. Und Platz 1 geht an Cars 2 für den DS. Wow. Hast du aufgefallen? Deutschland steht in der News schon drin. Deutschland gleich Nintendo Land. Alle Top 10 gehen an Nintendo Konsolen. Das ist doch geil. Das ist unsere Deutschland Top 10. Alle Top 10 werden von Nintendo dominiert. Das ist doch geil. Das ist die komplette Konsolstelle. Auch mit PS3 und 360 alles unbegriffen. Aber das ist alles für Nintendo jetzt gewesen. Schon heftig. Ich finde es schön. Hier steht auch Top 10 sind komplett in Nintendo Hand. Kein einziger Titel für PS3 und 360 hat sich ein Verkaufsschatz von Kalenderwoche 31 verirrt. Bloß wann sind sie, wenn man jetzt die Top 10 mal ein bisschen länger macht? Wo kommen dann so Ende für Mordi Spiele? Das ist ja die Frage. Und bitte nicht verwechseln, das war nicht allein die Nintendo Liste, sondern insgesamt Verkaufsschatz von den Spielen. Mhm. Der Konsolen. Zumindest. Ja. Ohne PC stand zumindest nichts drauf. Aber für alle Konsolen, weißt du. Und dann halt nur Nintendo Sachen. Ja, der Benni freut sich dahin. Also ich finde das schon irgendwie schön, dass es in den Top 10 nur Nintendo ist. Das ist geil. Super. Woran das wohl wieder liegt? Ich weiß es nicht. Ich auch nicht. Ich drohe daran, dass jetzt nicht so viele tolle Titel rauskamen. Äh. Wir können ja noch mal... Was kam denn überhaupt raus in letzter Zeit? Irgendwie habe ich nichts mitbekommen. Also letzte Woche kam nichts für die Wii. Davor die Woche. Wii Climed the Unicorn für den DS. Ja, für den DS. Aber es gibt auch was ohne Nintendo. Ja, da kommt schon mal so, aber das sind so billig Spiele. Ja. Und wundertstelle kein. Pirates of the Black Curve, unter anderem. Mhm. Die schlimmste Dance Party. Ja, genau. Ah, die Schlümpfe. Ja. Ja, da kann ich noch was. Ach nee, ich glaube, das habe ich doch schon, habe ich das letzte Woche schon erzählt mit den Schlümpfen und den Kindern. Mit den Kindern? Ähm, folgendes. Ich war in der U-Bahn und, äh, auf dem Weg nach Hause und da haben, ich saß da in der U-Bahn halt so und so dachte mir nichts dabei und hinter mir waren halt so Kinder, die die ganze Zeit rumgeschrien haben und rumgelabert haben und die ganze Zeit nach jedem zweiten Wort oder so kam ein Wort mit irgendwas mit Schlumpf. So, das war voll verschlumpft, ey, von den Schlümpfe, die Schlumpfine, die haben die ganze zehn Minuten haben die wirklich nur Schlümpfe. Nur, und ich war da so, ich konnte nicht mehr, weißt du, ich habe so schon vorgezeichnet, so die, das Mädchen gegenüber mir hat schon mich angegrinst, so, ich dachte so was, das ist schon auch ganz durchdrehen. Ich konnte nicht mehr, ich konnte nicht mehr, ich wollte nur mich vor die U-Bahn werfen, das war so schlimm. Ich gucke mich um, ich sehe die anderen Leute in der U-Bahn, die waren alle schon, die dachten, ey, was ist denn hier los, die sind eigentlich verrückt und die, die haben nur geschlumpft vor sich hin, das gibt's nicht, also, also, jetzt kein Morgen mehr. Das ist so schmockig. Voll geschlumpft, du Schlumpf, ey, schlumpf doch nicht so, da eines heißt ja Schlumpf, nein, du geschlumpfter Schlumpf, Junge, und dann, so, vier Kinder, die haben die ganze Zeit, das geht nicht. Also, so von fünf bis zehn oder sowas. So, okay. Dann ist das normal. Ja, vor allem nur so quäkige, quäkige Stimmen, weiß ich, die waren direkt hinter mir, hinter mein Ohr, weiß ich, schlumpf, schlumpf, schlumpf. Und dann hab ich den, da war noch der Vater dabei, ne, und die haben wahrscheinlich diesen Schlumpf-Film gesehen, ne, und der Vater, der, der war, der guckt schon total peinlich in die Menge. Dieses Scheiße. Ich muss hier weg. Der hat sich auch nur gedacht, scheiße, wie krieg ich die jetzt irgendwie mal wieder ruhig. Warum hab ich nur den Film mit denen angeschaut? Richtig. Gut, sag ich was anderes. Was machen hier? Zurück zu den Spielen, back to the games. Oder back to the other topic, ähm, Facebook gegen Anonymous. Du meinst wohl Anonymous gegen Facebook. Oder so. Weil Anonymous ja Facebook down machen will, am 5. November oder so? Ja, genau. Ja, das hab ich mitbekommen. Ist zweischneidig. Einerseits kann ich's schon verstehen, andererseits wiederum nicht. weil einerseits ist es ja so, Facebook ist schon ziemlich, äh, naja, ich würde nicht sagen, dass ich Facebook mag. Nein, überhaupt nicht. Aber ich würde's auch nicht sagen, dass ich's hasse. Es ist so, Facebook ist so ein zweischneidiges Thread. Einerseits ist schon gut, dass man so auf der Welt mit Kontakt und so weiter, ne? Andererseits halt natürlich privat zu drinnen, alles so ziemlich ziemlich für den Arsch. Mhm. Ähm, deswegen kann ich das, ich weiß, bei Anonymous bin ich eh, ziemlich hab ich mit Benni schon vorher ein bisschen so geschrieben und, äh, ich bin echt zweigeteilt. Ich weiß nicht, ob ich die gut oder schlecht finden kann, weil einerseits machen die gute Sachen, andererseits auch schlechte. Also, nicht schlechte, aber, sondern für andere möglicherweise ein bisschen Nachteil. Mäßig. Mhm. Es wird aber auch gesagt, dass das, ähm, nicht von Anonymous ist, die Meldung, also, dass das eine gefakte Meldung war oder ist. Ja, und das mit dem Video auf YouTube? Okay, das hab ich noch nicht gesehen. Ich auch nicht. Oh, was habt ihr denn verpasst? Was habt ihr denn verpasst? Ich war beschäftigt. Ich möchte jetzt auch weiter eine News vorlesen oder ganz kurz ansprechen. Red um Mortal Kombat. Mortal Kombat, ja. In Deutschland leider, äh, ja, indiziert. Komplette Reihe. In Österreich nicht. Ja, in Österreich, äh, da, da, da sind die nicht so ganz so schlimm. Da, da, da. Gab auch ein geiles Lied dazu. Aha. Egal. Auf jeden Fall tut es ja nicht der Reihe Schaden an, weil immerhin konnte das Spiel sich drei Millionen Mal verkaufen. Nur? Es geht. Ich bin gerade am gucken, ja, Mortal Kombat steht, nur, ich sag's nicht, ob jetzt die gesamte Reihe gemeint ist, oder was ist er? Mortal Kombat erschienen bereits am 1. also wahrscheinlich irgendeine neue Auffassung von Mortal Kombat. Okay. Für die ganze Reihe wäre es ja ein bisschen Am 1. April kam das und in Deutschland, äh, in Deutschland wurde es nicht veröffentlicht und die äh, britische Version von Mortal Kombat äh, wurde auch noch indiziert. Super. ja. Toll. Österreich gibt's übrigens auch Mortal Kombat, komplett unzensiert, ungeschnitten und alles. Sag ich doch. Weil Österreich ein Liberaler ist, die sind nicht so rechts, wie wir. Egal. Ja. Gibt's sonst noch News oder Themen, die wir anschneiden können? Marco? Was? Wieso ich? Ey, ich hab meine Themen schon durch. Ja, was habt ihr noch diese Woche erlebt? Sag doch mal irgendwas, David, du warst so im Urlaub, sag mal, was du so erlebt hast. Ähm, auch wenn sie eigentlich gar nichts mit Games zu tun hat, ja, wir waren halt in England. Ist egal, wir reden über alles wirklich so. Okay, ja, wir waren in England und da gab es ja Krawalle, aber über die habe ich, ehrlich gesagt, als ich dort war, gar nichts mitbekommen. Ähm, ja, weil die eher nur in den größeren Städten waren. Falls wir darüber reden möchten. Nee, nee, einfach so, was du erlebt hast. Ja, was soll ich sagen, England, Netz ist Land, die Leute sind Netz, es ist auch eigentlich nicht so schlecht, wie man denken mag und das Wetter war eigentlich auch bis auf ein, zwei Mal ziemlich schön. Was hast du so gemacht? Hast du irgendwas unternommen? Hast du irgendwas gemacht da Besonderes? Ja, hauptsächlich so Sightseeing. Was hast du denn so dir angesehen alles? Ja, verschiedene Schlösser oder Stonehenge haben wir auch gesehen. Weiß doch was, ist da im Ende interessant. Ja. Hm. Schlösser, da geht die Begeisterung von mir runter. Ach du nein. Sind doch alle gleich geboren, sind aus Stein und hoch. Wir müssen nicht auf Stein sein, wir können aus Marmor sein oder aus Holz. Ja, hat aber die gleiche Aufgabe. Super. Ja. Ja, okay, ich weiß nicht, ob die Leute jetzt in den Reisbericht so interessieren. Hast du noch was gemacht da irgendwie außer Sightseeing? Eigentlich nicht so, nee. Super. Interessant. Nee, ja, ja. Ja. Urlaub kann auch langweilig sein. Auch vielleicht in England war ich noch nie, vielleicht ist es ja andere Welt, so ganz andere Sitten und alles. In England sollen ja Legenden geboren sein, wie man ja so sagt. Ja, hallo.